Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on. Es ist eine ganz eigene Welt, die sich Fauna und Flora hier in den Hochebenen der Kanten eingerichtet haben. Die Künstler brauchen Bewegungsfreiheit, sie gestikulieren mit den Händen, sie können sicherlich nicht ein Mikrofon in der Hand halten. Sie sprechen oft auch sehr eng nebeneinander, so wie wir beide jetzt hier stehen, und da wäre alles andere throntechnischer Katastrophe. Die vier Künstler sind nicht wie Hunde an einer Kette angebunden, sondern bewegen sich natürlich frei herum, aber mit der 4000er Anlage funktioniert das perfekt. Grüß Gott und Huchts zu! Hallo! Ich bin alle Stürmer, die es je gegeben hat. Ich bin alle Z in Barcelona. Ich bin alle goldene Schuhe, die man der ÖFB aufblasen kann. Ich bin alles krank und ich liebe mich. Ja, die Restspielzeit der Akkus, die in Verwendung sind, das ist für mich ganz entscheidend, bei dieser Show auch. Und wie wir alle wissen, ist das eines der größten Attribute, die die 4000er Anlage ja von bieten kann. Und was die Tonqualität betrifft, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich nicht wirklich damit auseinandergesetzt, weil ich es erwarte, dass es gut klingt. Und das tut es auch Abend für Abend bei unserer Show. Und so klingt es mit Mikrofon, also extrem wichtig, nur hoch zu, da ist Hans Krankel. Bisher kannte ich nur GAK, nicht AKG. Gut, jetzt ist AKG, das macht die Stimme, meine goldene Stimme, zu einem Genuss für alle Leute, die da draußen sind. Ich liebe AKG, ich liebe mich am meisten und das Mikro, das Mikro ist wichtig. Alles andere ist Primär. Das Mikro muss, das muss gehen. Suche jetzt aus. Was anderes, nein, ich kann nicht mehr dazu sagen. Ich kann den Krankel nur recht geben und sage, ich bin sein großer Fan. Gute Nacht.